Und da sitzt auf der Veranda ein älterer Herr mit weißen Haaren, den man hier sieht, und ein Bart. Auch modelliert nach einem Freund von Chris, der hat mir auch so ein Foto geschickt. Und das habe ich dann so ein bisschen karikaturenhafter angelegt. Und dieser Mann spielt also mit seinem Banjo ganz fröhliche Melodien. Und das Banjo kommuniziert auch mit dem Mundharmoniker, weil sie sowas Tolles noch nie gehört hatte vorher. Und so machen die dann auch zusammen Musik, aber dann verabschiedet sich die kleine Mundharmoniker, weil Michael eher gesagt hat, dass sie noch viel weiter reisen muss, um ihr eigentliches Potenzial zu entdecken.